Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Zuverlässigkeit und Kundenorientierung antwortet Thomas Gessner auf die Frage, was den Erfolg seines Wäsche-Services in Bad Ems ausmacht. Tatsächlich findet sein hoher Anspruch bei mittelständischen Hotel- und Gastronomiebetrieben in der Region sehr großen Anklang. Ein Stammkundenanteil von über 95% spricht da für sich. Der Service umfasst das Abholen und Ausliefern von Bett- und Tischwäsche sowie Handtüchern, darüber hinaus das Waschen, Trocknen und Mangeln. Auf Wunsch erhält man Mietwäsche und auch in Notfällen findet sich immer eine rasche Lösung. Der Fachbetrieb ist am neuesten Stand der Technik und selbst große Mengen können problemlos bewältigt werden. Dafür sorgen eine moderne Waschstraße mit Wasserrückgewinnungssystem, eine effiziente Heizungsanlage und schonende Reinigungsmittel. Kurzum, für saubere Ergebnisse ist immer gesorgt. Der Wäsche-Service Bad Ems – eine klare Empfehlung der Firmen-TV-Redaktion.